Waldenfeller! Und Achtung! Kann er so weit? Er kann so weit! Guckt euch das an! Guckt euch sowas an! Waldenfeller zum dritten Mal, weil er Dinge probiert, die er nicht machen muss. Und wenn ich nicht irre, war es ernst. 86. Minute dieses Spiel. Na ja, also schauen Sie das an. Jetzt lassen Sie ihn da hin, nur so weit muss er gar nicht raus, da war noch Zeit. Und Ernst macht alles richtig. Weil er das Einzige macht, was er machen kann. Wenn's dann auch noch gut geht, irre. Und Waldenfeller wusste schon lange Zeit auf dem Rückweg, was da passiert.